Ich wollte einen Vortrag über Metadaten machen, schon länger, weil als die ganze MSA-Geschichte hochkam, fand ich, dass das Thema mit Metadaten immer stiefmütterlich behandelt wird. Das wären eigentlich nicht die richtig wichtigen Daten, die wir hier beurachten. Und wer beruflich, wie ich, täglich mit Daten zu tun hat und versucht, daraus ein Werk zu schaffen, der sieht eigentlich, dass Milferdaten, die eigentlich viel wichtiger sind, also den Gegenhaltsdaten, nämlich eher weniger wichtig. Wir fangen einfach mit einer Annahme an. Die Wissenschaft hat sich auch über Thesen entwickelt. Für Jahre lang hat man gedacht, dass die Erde flach ist. Hier haben wir ein Bild aus dem letzten 19. Jahrhundert, das so ungefähr bestreift, wie im Mittelalter man die Erde gesehen hat. Natürlich kann man das im Nachhinein beurteilen, dass die Leute haben Unrecht gehabt und gewissens besser, aber das ist nicht das Entscheidende. Für mich das Entscheidende ist, dass sie zu den Zeiten versucht haben, das besser herauszumachen, wie von dem, was sie hatten. Und das Besondere an diesem Bild ist, wenn man hinten schaut, versucht dieser Mann an die Grenze der Welt zu kommen, weil es ja sehr häufig der Fall ist, dass neue Erkenntnisse dann gewonnen werden, wenn man eine Erkenntnis erzielt und nicht innerhalb der Landschaft, in der man sich befindet. Wir hatten im letzten Jahrhundert etwas ganz Besonderes. Wir könnten auf eine Metaebene gehen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Das ist wahrscheinlich das berühmteste Bild des letzten Jahrhunderts. das ist das Blue-Murbel und wurde von Apollo 17 1972 geschossen. Und damit war ja eigentlich dann jede Art von Diskussion, ob die Welt flach ist oder nicht flach ist, beendet. Das Besondere daran ist nicht, dass wir jetzt sehen, dass die Erde... Okay, zweidimensional auf dem Himmel, klar. Nein, das Besondere an diesem Bild ist, dass es aus einem Metaebene geschossen worden ist. Und das ist für mich das Entscheidende bei Meta-Daten. Es gibt sehr viele Definitionen von Meta-Daten, was Meta-Daten sind. Am Ende sind Meta-Daten Daten. Aber das Besondere an Meta-Daten sind, dass sie aus einer Metaebene entstehen. Und das All ist für die Erde quasi eine Metaebene. Das ist übrigens auch für mich der wichtigste Grund, warum Raumfahrtsforschung so wichtig ist. Weil wir eine Metaebene zu unserem Leben haben. Aber das ist eben bei einem eigenen Vorfeld. So, hier haben wir eine weitere Annahme. Berlin ist wieder Berlin. Gut, das versteht wahrscheinlich eher ein Berliner. Das muss ich dann erstmal versuchen zu erklären, was damit gemeint ist. Das war tatsächlich eine Schlagzeile, nachdem die Mauer gefallen ist. Und man ist davon ausgegangen, okay, die Mauer ist weg. Und Berlin ist wieder Berlin, das ist wieder eine Einheit. Das war 1989 und wir sind jetzt 2014. Schauen wir mal, ob wir Informationen auf einer Metaebene darüber haben können, ob Berlin wirklich Berlin ist. Und hier haben wir ein ganz besonderes Bild, auch aus dem All. Das sei die Stadt Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr das so genau seht. Die Farben sind auf der Westseite und auf der Ostseite unterschiedlich. Das liegt daran, dass im Westen immer noch mit Quecksilberdampf beleuchtet wird und im Osten mit Natrium. Und die haben unterschiedliche Farben. Das Besondere daran ist, dass das Meta-Daten sind allein schon deshalb, weil es aus einer anderen Ebene ist. Aber auch deshalb, weil die Beleuchtung zu dem Zeitpunkt, als die Beleuchtung installiert worden ist, nie eine Möglichkeit hätte, von denjenigen, die die Beleuchtung installiert haben, zu wissen, welche Meta-Ebene irgendwann entscheidend sein wird über die Information, die von diesen Leuchtstrahlen rausgeht. Das ist das Besondere an Meta-Ebenen, dass sie im Prinzip zu den Zeiten der Entstehung der Information nicht zur Verfügung stehen. Damit sie Meta-Daten wissen, man kann neue Erkenntnisse durch Meta-Daten gewinnen. Und das macht man nicht nur, weil es Daten sind, sondern weil wir eine Meta-Ebene erreicht haben, anhand dessen wir durch die Daten neue Entscheidungen treffen können und Erkenntnisse geben können. So, es stellt sich dann die Frage, ob man sich vor Meta-Daten schützen kann. Ganz besonders innerhalb des letzten Jahres gab es verschiedene Diskussionen und verschiedene Ansätze, wie man mit der Überwachung umgehen kann. Vorher gab es ein paar andere Geschichten im Internet. Ich mache mir erst mal drei Beispiele. Die erste Strategie ist, dass man sagt, man kennt sich aus dem System aus. Wenn man nicht mehr in dem System drin ist, dann gibt es ja keine Informationen mehr. Das Problem damit ist, dass wir jetzt in eine systemische Umwandlung leben. Das ist nicht mehr und in einer systemischen Umwandlung die Entscheidung des Einzelnen nicht mehr eine große Rolle spielt, weil jeder Einzelne fast so einen Statist in diesem Fall wird. Und wenn man in diesem System überleben will oder sich entfalten will, dann kommt man nicht drum herum, mit dem System irgendwie klar zu kommen. Deshalb sehen wir auch, dass Markus Tacker wieder der Juntsväter ist, weil er das einfach für seine Arbeit braucht, obwohl er konsequent nach NSG rausgegangen ist. Deshalb sehen wir, dass er von Rachman wieder im Vorsquare ist, obwohl er konsequent rausgegangen ist. Und das liegt daran, dass Flucht nicht nachhaltig ist. Und das ist kein Problem, dass man, politisch könnte man sagen, das auch eine libertäre Art und Weise lösen kann. Die zweite Strategie wäre, wenn man sagt, ich halte mich grundsätzlich als überall raus und ich gehe da nicht rein und lebe mein Leben quasi parallel zur Gesellschaft. Und das ist im Prinzip noch dämlich als erstes, weil es ist mittlerweile deutlich, dass wir in einem Netzwerk leben, in jeder einzelnen durchgeschrittenen Teil des Netzwerks zusammen, der in Wirklichkeit wirklich Teil des Netzwerks ist. Nur dadurch, dass er dieselbe Auflage ist, ist noch lange nicht sein digitale Schatten Auflage. Und es entstehen sehr interessante digitale Schatten. Ich habe ja aus Spaß gestern den Namen von einem unserer Freunden, der nicht in Facebook ist, in Yasmini, angegeben. Und Yasmini hat unten einen sehr interessanten Teil, der sagt einem noch, wenn diese Person gesucht worden ist, welche andere Personen wurden aufgesucht. Und wenn man sich das anschaut, sieht man die Hälfte des Soziaten dieser Personen, ohne dass diese Person jemals wusste, dass das bekannt ist. Das ist halt der digitale Schatten. Und wenn Yasmin das weiß, dann weiß man, dass Google viel mehr weiß und dass Facebook viel mehr weiß. Bei Facebook ist es sogar rausgekommen im 2007, dass sie tatsächlich eine digitale Schatten betreiben. Und für mich persönlich am wichtigsten ist, wenn man sagt, wir starten uns nicht alle. Wir machen mal ein Beispiel. Wir kommen zurück zu der Kuhlen, zu unserer Meta-Ebene, aber diesmal zu Google, zu Google Maps. Und durch die Google-Lab hatten wir plötzlich eine Meta-Ebene. Und alles, was in der Gesellschaft bisher so war, wie es war, war auf einmal nicht mehr so, wie es war. Dabei hat kein einzelner Mensch irgendwas in seinem Leben geändert. Hier haben wir ein Beispiel, ich versuche das noch vorzulesen, wenn man das so richtig sieht. Twitter-Nutzer Landkartenindex entdeckte diesen Jungen, der offenbar über ein verschlossenes Tor zum illegalen Fußballspielen kleckert. Da hinten ist ein Fußballspiel und dieser Junge klettert drüber und bis alle fährt das Müll auf der Verwand. Und es gab ziemlich viele Fälle und die Menschen waren natürlich zu Recht, aus ihrer Sicht aufgebracht und wollten, dass der Staat handelt. Und der Staat war unter Druck und uns da handelt. Nur was hat der Staat gemacht? Die haben die Verpixelung angebracht. Was sind aber Verpixelungen und wozu frühen sie? Google Funds werfen Eier auf Häuser. Es ist tatsächlich im ersten Mal passiert, dass Menschen hingegangen sind und Häuser, die in Google Maps verpitzelt worden sind, entdeckt haben, sind hingegangen, haben die Häuser mit Eier beworfen. Und dann nochmal an Rechessen gestehen, wo wir es kommen. So, ich möchte natürlich nicht über Google Fund Boys sprechen, das ist eine andere Geschichte, die kennen wir schon. Aber das Interessante dabei ist, es ist nicht entscheidend, wer schuld ist und wo die Ursache ist. Ich spreche jetzt nur aus der informationstechnischen Situation her. Diese Häuser wären niemals mit Eier beworfen worden, wenn die Eigentümer der Häuser nicht freiwillig die Informationen über ihre Häuser, eine Metainformation über ihre Häuser nicht weitergegeben. Und der Grund dafür ist, dass jedes, das Verpixelung nicht dazu führt, dass man die Metadaten wirklich nicht macht, die Verpixelung führt dazu, dass man Metadaten zu den Metadaten hinzufügt. Und das heißt, man gibt mehr Informationen, man erstellt eine neue Ebene über die bereits entstandene Ebene. Und das ist super, super wichtig, dass man was weiß, weil die alten Mechanismen nicht funktionieren in dieser neuen Gesellschaft. Die Meta-Metadaten sind Selbstrede und Metadaten und schaffen neue Möglichkeiten, mit der Information umzulegen. Und das Entscheidende dabei ist, dass es nicht nur eine Frage von Technologie ist. Meta-Ebenen sind eine Frage von Kommunikation. Es entstehen neue Kommunikationsmöglichkeiten. Und die meisten von uns kennen diesen Satz von Václaví, dass man nicht und nicht kommunizieren kann. Und das ist das Kurs an der ganzen Geschichte. Deshalb laufen auch die meisten Diskussionen mit Frust ins Leere, weil wir, und ich bin mittlerweile auch überzeugt, wir sind nicht in der digitalen Gesellschaft, wir sind nicht in der Netzwerksgesellschaft, wir sind nicht in der Informationsgesellschaft, wir sind in der Kommunikationsgesellschaft. Was im Moment passiert ist, dass es unglaublich neue Kommunikationswege entstehen, die wiederum zu neuen Kommunikationswegen führen. Und das, wieso würde ich sagen, hätte es nicht gegeben, wenn es nicht eine digitale Ebene gegeben hätte. Und es wäre nicht passiert, wenn es nicht eine Netzwerkebene gegeben hätte. Aber das sind nicht die entscheidenden Faktoren. Es ist nicht die Technik, es ist diese Kommunikationsebene, die dann die Welt verändert. Deshalb auch meine Antwort auf die Frage, man kann sich nicht von Meta-Daten schützen, weil die Meta-Ebenen nicht vorhersehbar sind. Die werden in Zukunft entstehen, die können aus jedem Kontext entstehen, die können aus jeder Ecke kommen. Das heißt, jede Handlung, die wir heute begehen, kann in Zukunft in einem anderen Kontext eine Konsequenz haben, von der wir niemals zu dem Zeitpunkt wissen konnten, was das ist. Ich wollte noch mal, weil wir heute ein besonderes Tag ist, noch ein Beispiel bringen. Das ist für mich die wichtigste Meta-Ebene in allem, was die Menschen bisher gemacht haben. Das steht hier eigentlich als Beispiel überall. Zum Beispiel der Fußball. Wir haben hier eine andere Kugel, die die Welt fasziniert. Aber damit kann man auch, also ich mache es mir sehr häufig als so ein Spiel, in einem völlig komplett anderen Kontext zu schauen, ob man in einer Beziehung oder in einer außerhalb anderen Kontext machen kann. Und hier habe ich ein einfaches Beispiel von Fußball. Beliebiges Land, kann man mit der Information darüber haben, ob ein beliebiges Land anhand von Fußball, ob man Hinweise kriegen kann, ob das ein freies Land ist. Wir könnten zum Beispiel das Singen der Nationalhymne als Muttergarten nehmen. Und wir könnten sagen, das Land von der Nordkorea sein. Wir könnten sagen, das war auch so ein bisschen. Ich würde sagen, ich würde mich jetzt mal ein Video laufen lassen. Für alle, die gedacht haben, wir könnten das ja noch hin, dann hätte ich eh Interesse. Das ist quasi meine Nachfolge. Schaut auf die Kamera für mich. Ich denke, es ist relativ unverschämt, wenn man den einzelnen Spiele war, was auch. Das ist so ein Jahr 2010, das ist ja ein Problem, das schon passiert. Musik Der Spiele war eigentlich sehr zu krön und weil man sehr gut ist. Musik Musik So. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich habe es irgendwann nicht verstanden. Ach so, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass ihr bitte schaut, wie die Kameraführung ist, weil die dann auf jeden einzelnen Spieler gehen und eigentlich selber Aufnahmen davon machen, ob sie jetzt singen oder nicht singen. Und dann, außerdem habe ich nur erzählt, dass der Spieler, der geweint hat, der ist, glaube ich, Japanisch-Koreaner, der dann auch in Deutschland gespielt hat und super emotional war und mittlerweile auch wieder in Japan spielt. Das war er jetzt. Also wenn man es genau betrachtet hat, der hat jedes Spiel mitgesungen. Und bei Metadaten muss man vorsichtig sein und die nicht sofort als ein Hinweis, so eine Formel zu machen und daraus Urteile zu machen. Aber das ist nicht das Interessante daran. Wenn wir in eine Big Data Era kommen, dann ist sicher entscheidend die Summe von Metadaten. Das ist aber ein interessanter Hinweis, weil ich, wenn ihr dann nämlich von Deutschland ausgeht und euch heute Abend das Spiel anschaut, dann könnt ihr darauf achten, wie das läuft und welche Spiele singen und welche Spiele nicht singen. Und das hat sehr viel Aussagekraft, nicht nur über die Mannschaft, sondern über die Leute und über das Land. Und das sind Metadaten aus Fußball, die Hinweise geben oder sehr vieles andere in einem anderen Kontext. Dankeschön, das war's.